Sint-Martin ist seit dem 10. Oktober 2010 ein autonues Land innerhalb des Königreiches der Niederlande. Zuvor gehörte es bis zu deren Auflösung zu den niederländischen Entelen. Sint-Martin besteht aus dem südlichen Teil der Karibikinsel St. Martin sowie einigen sehr kleinen und unbewohnten Nebeninseln und Felsen. Der nördliche Teil der Insel wird vom französischen Überseegebiet St. Martin eingenommen. Verwaltung Die Regierung auf Sint-Martin besteht aus einem Eilandsrat, einem Bestuers-College und einem Gezagheber, der von der niederländischen Krone ernannt wird. Bevölkerung Die einheimische Bevölkerung besteht zum größten Teil aus Nachfahren von niederländischen Siedlern und aus Afrika entführten Sklaven. Mittlerweile sind 49% der Einwohner im niederländischen Teil Ausländer. Die meisten Einheimischen sind Protestanten, insbesondere Methodisten, während im französischen Teil eher der römisch-katholische Glaube dominiert. Es gibt ebenfalls kleine jüdische und siebententags Adventisten-Gemeinden. Der größte Teil der Bevölkerung spricht Englisch als Muttersprache. Aber auch Spanisch, Niederländisch und Papiermento sind verbreitet. Städte und Siedlungen F1-Karte mit allen Koordinaten OSM, Google oder Bing-Wirtschaft Sint-Martin ist eine Offshore-Zone. Die Firmen, die auf Sint-Martin registriert sind und im niederländischen Teil der Insel keine Geschäfte betreiben, sind von den Steuern befreit. Weiterhin gibt es keine Eigentums- und Kapitalertragssteuern. Die Mehrwertsteuer beträgt 5%. Offizielle Währung ist der Antillen-Gulden, bezahlt werden kann aufgrund des festen Wechselkurses in der Regel auch mit dem US-Dollar. Mit der 2010 durchgeführten Auflösung der niederländischen Antillen war das Ende des Antillen-Guldens beschlossen. Für die besonderen Gemeinden Bonnere, Saba und Sint-Justatius wurde die Landeswährung am 1. Januar 2011 durch den US-Dollar abgelöst. Ende August 2009 wurde auf einer mit Fachleuten besetzten Konferenz in Willemstadt auch für Curaçao und Sint-Martin die Dollarisierung diskutiert. 2012 wurde die Umwandlung zum karibischen Gulden beschlossen. Anstelle der Banknoten zu 25 und 250 Antillen-Gulden gibt es dann Banknoten zu 20 und 200 karibischen Gulden. In der Tourismusbranche wird oftmals auch der Euro akzeptiert. Der niederländische Teil der Insel hat einen Hafen, in dem Kreuzfahrtschiffe anlegen können. In der Saison sind dies bis zu 10 Schiffe. Eine Besonderheit, welche die Insel vor allem für Touristen attraktiv macht, ist der Status des Freihafens, das heißt, es werden weder Steuern noch Zoll erhoben. Dadurch entwickelte sich auf der Insel, besonders im kommerzialisierten Sint-Marten, ein regelrechter Tabak- und spirituosen Tourismus. Sobald jedoch die letzten Schiffe gegen 18 Uhr abgelegt haben, wirkt beispielsweise Philipsburg wie ausgestorben. Der Südwestteil der Insel ist recht schmal. Dort liegt direkt an der Küste auch der Prinzess-Julianer-International-Airport, der die südliche der beiden Landbrücken teilt. Er wurde 2006 erneuert und hat unter anderem ein neues Terminal erhalten. Das Besondere ist, dass die landenden Flugzeuge wegen der Nähe der Startbahn zum Strand nur wenige Metern über den Köpfen der Urlauber hinweg landen. Der für Touristen freigegebene Strand ist mit Warnhinweisen ausgestattet. Der Abstand zwischen den landenden Flugzeugen und dem Flughafenzaun beträgt oft nur einige Meter. Touristen können direkt unter den Flugzeugen stehen und sie fotografieren. Zur Information der Schaulustigen wird bei dem direkt am Strand neben der Landebahn befindlichen Restaurant ein Schild mit Landezeiten, Fluggesellschaften, Maschinen und Abflugsorten täglich aktualisiert. Aktuelle Informationen aus der Region werden über zwei Internet-Radiostationen weltweit verbreitet. Es handelt sich um die Sender The Voice of St. Martin und Pearl of the Caribbean. Sehenswürdigkeiten Das Grenzdenkmal, das an den Vertrag von Concordia 1648 und an die Teilung der Insel erinnert. Das Geschichtsmuseum in Philippsburg Der Strand Maho Beach an der Landebahnschwelle des Prinzes Julianna Airports Fort Amsterdam und Fort Williams nahe Philippsburg Die Loterie Farmfleisen, Bildergalerie, Punkt, 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 Klimatabelle Der aber auch mit St Peter und Tillboard Deine